Ja, hallo. Dienstag der 17. Mai. Ich koche mir gerade ein Abendbrot. Ich habe mein Zelt schon aufgebaut, war schon duschen. Da steht mein Zelt. Und dafür liebe ich mein Lastenrad. Ich kann diese Fläche hier einfach benutzen, um zu backen. Ich brate jetzt gerade ein paar Zwiebeln und Möhrchen an. Dann kommt da gleich noch eine Tomate rein. Und ich habe noch ein paar Kapern übrig. Und vom letzten kochen eine Dose Thunfisch. Und die Nudeln sind schon fertig. Und dann habe ich noch ein bisschen Thymian, den ich gefunden habe. Hier vorne wächst auch überall Pfefferminz. Also wenn ich ins Bett gehe, dann laufe ich durch die Pfefferminze und es riecht dann ganz schön. Okay, so kann die Campingküche aussehen. Und das mache ich auch noch gerne rein. Harissa für die Schärfe. Euch auch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer. Ciao.